Wer ist hier hinten auch weitergegangen? Ja, warte mal. Psela, Kamera. Das ist aber nichts weiter, ne? Ne. So. Oha, vorsichtig. Ah, es hat was mit der Holztür da zu tun, wahrscheinlich. Oder? Mal gucken. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh. Yedio. Oh. Oh, Dwightlinger. Herr Rieker! Geh dir, weh! Du komm! Tariqa! Tariqa! Itt! Hm. Hm. Ja, kommt da. Geh dir. Geh dir. Jetzt sucht er uns wieder. Und jetzt zieht er uns gleich. Achtung, gleich macht er sich bei... Jetzt, 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 jetzt! Achtung! Jawoll! Wo, 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 wo! Komm, 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 komm! Achtung! Schön! Schön! Schönes Tier! Also, Wesen! Die Frage ist, wo müssen wir jetzt hin? Oh! 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 Wo macht er denn? Muss ich da oben rauf? Nee! Er will in die Richtung, da. Du springst aber nicht, oder? Ich kann die wegstreichen? Okay, danke für den Hinweis. Machen wir das mal. Oh! Oh! Okay, der ist weg. Andere Seite. Das ist weg! Switzen! WLAN! htc schmerz video an der duft scheint von den pflanzen zu sein ja kürzer von fässern ee tti sotu rotu o bastu imokijen oi atu inastek o toriku Da kommt es durch das andere Loch. Ja, ja, ja. So, Schwung. Sehr schön. Ah, vielleicht ist er ja gleich drin hier. Ah, nee, warte mal, dann bitte war es schon besser. Ja, wir müssen das Ding zumachen. Die Frage ist, wie kommen wir da hin? Oh, ist das hell. Okay, ich sehe schon, wie wir da hinkommen. Nee, wir kommen da nicht schon. Ich sehe schon, wie wir da hinkommen. Wo kann ich hochspringen? Ich kann nur, warte mal. Ach so, es sind Klettermöglichkeiten? Das wusste ich nicht. Okay, wenn es... Dann gucke ich mal. Danke für den Preis. Ich hätte jetzt wahrscheinlich elendig lange geguckt. Aber vielleicht hätte das Spiel irgendwann das auch verbar. Ah, okay, gut, danke. Wie voll ist das hier? Ich gehe mal. Oh, oh, oh. So. Sehr schön. Jetzt müsste er sich so wieder... Sehr schön. Ja, morgens. Ja. 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 So, weiter geht's ja. Komm, Triko, komm. Achso, ich seh schon. Ich muss weiter. So, hier kann man klettern. Ja. Gut, das bringt jetzt nicht hier im Spitzhandix. Boah, Vorsicht. Boah, Vorsicht. Ähm. 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 Warum? Hm. Bringt doch gar nichts nach. Okay, ähm. Was mach ich hier? Boah. 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 Warte mal, wenn ich jetzt hinten am Seilschwanz hochrenne? Jetzt aber nicht springen, ich muss erst hoch, ich muss erst hoch, mich festhalten. Ah, guck mal hier, mein Freund. Da. Was ist er denn? Oh Gott. Warum? Warum? Vorsichtig, Mann. Ja, und du? Ein Sackgässchen mal wieder. Wobei, hier kann ich, glaube ich, klettern, ne? Ich hoffe, er kann wieder raus. Er kommt wieder von oben. Irgendwo. Da. Und sprung. Okay, das ist ein bisschen tief hier. Aber ich kann hier lang. Hätte ich mich jetzt bloß festgehalten bei ihm. Vorsichtig. Na, 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 na. Ah, nicht schwächeln jetzt hier. Puh. Darüber oder? Nee, da runter. Hä? Hä? Da ist doch noch ein... Oh! Ähm, da war ein... Da war ein anderer. Oh, bitte nicht. Wir sind bald nicht der beste Freund, oder? Oh, ja. Hm. Honey? Oh! Ooh! Hey! Oh. 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 Okay, wo sind wir jetzt hier? Ui, jetzt schon wieder so tief runter. Da oben können wir klettern. Wahrscheinlich muss ich ihn hier rüberbringen. Komm, komm, komm. Komm, 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 komm. Tja, mach mich mal da oben rüber, dass ich da rankomme. Oh Gott. Achso, ich komme ja da hinten rüber, ich Idiot. Ich muss das ja nicht so umständlich machen. Na toll, jetzt springt er. Super. Okay, er ist noch da. Er sucht uns. Vorsichtig, Vorsicht. Du bist ein Feiner, da drüben ist was zu essen. Ja, nicht. Wow. Die Kamerafügung ist beispielsweise echt sehr abenteuerlich. Ich glaube, der hat Hunger. Hier kommt er nicht ran. Da. Kommt er nicht ran, ne? Ja, ne, komm. Kommt er nicht ran. Nicht jammern, komm her. Nom, 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 nom. Da weint er aber. Das tut mir leid. Scheimkleister. Oh nein, dein Futter ist weg. Ist es wieder da hinten aufgetaucht? Nee, ne? Oh nein, das respawnt nicht. Futter ist weg. Oh, das tut mir leid. Oh, das tut mir leid. Oh nein, das tut mir leid. jewel zurück. Nein. Nein. So, jetzt aber. Hat er das Essen? Oh, okay, er nimmt es mit. Irgendwie. Da ist es. Ja, komm. Ja. Ja. Ich versuch es aber auch immer wieder. Nimm doch einfach. Jawohl. Guck mal, der Bauch leuchtet. Ja. Ah, ich bin nichts am Essen. Ich bin nichts am Essen. Okay, hier ist nichts weiter. So, dann gucken wir hier noch. Oh, da ist so langsam Schicht für heute. Ein erlebnisreicher langer Tag. Also Fazit auf jeden Fall, das Spiel ist sehr schön gemacht, liebevoll gemacht. Das, was mich ein bisschen nervt, ist die Kamera, ja, dass die überall hingeht, aber nicht da, wo man hin will. Ja, ja, Chewie, alles gut. Hier ist nicht... Ja, da auch nicht. Es gibt scheinbar bloß einen Weg hier durch und das war's. Ach, da ist er ja schon. Ja, da machen wir mit dem Spiel in ein paar Tagen hier da weiter. Ich glaube, hier ist ganz gut. Hier fangen wir ein Puzzle an. Ich denke mal, dass hier auch der Speicherstand irgendwo im Hintergrund sein wird. Oder kann ich die hier nochmal steuern? Nee, es gibt Kontrollpunkte. Okay. Dann würde ich hier langsam wirklich Feierabend gehen in die Horizontale. Wie gesagt, war ein anderer Tag. Ich drücke einfach nur die Daumen, dass es am Samstag alles soweit klappt. Um 8 Uhr geht es dann los. Das ist jetzt der aktuelle Stand. Dann wird alles oben aufgebaut. Also es müssen nur noch in Gänsefüßchen die Paneele zusammengeballert werden um aufs Dach. Die Stromkabel sind schon alle fertig, vorbereitet. Dann alles noch in den Hauswirtschaftsraum ran. Und dann können wir wieder einen großen Haken machen. Also spätestens, wenn dann nachher die Anschaltung dann vom Elektriker läuft. Aber das wird noch nicht am Samstag passieren. Aber zumindest ist es technisch dann schon mal geprüft, soweit es uns läuft. Oh, eine Sache nach der anderen. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Ich werde mich jetzt noch ein bisschen mit meinen Restnebenwirkungen oberflächlich von der Booster-Impfung-Litzel ins Bettchen begehen. Also nichts Dramatisches. Halber Tag war es der Arm, also der Impfarm, der obligatorische. Aber ich bin ein bisschen neben der Spur. Bisschen okay an der Stelle. Nichts Dramatisches. Vielen Dank fürs Zusehen. Schönes Spiel. Machen wir uns weiter. Morgen, wenn Maja Geddon nicht dazwischengrätscht, ist dann die zwei wieder mit It Takes Tool. Und ja, schlaft gut. Und bis demnächst. Euer Feierfuss. Ich bin ein bisschen mit dem, 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 ich bin. Vielen Dank.